Und jetzt darf sie am Engelweg in die Ewigkeit und der Baum saugt das Tier dann sozusagen auf, oder? Die Wurzeln. Ist ja hier noch ein Baum. Das ist ja eh mitten im Wald. Da gibt es genug Wurzeln. Kätzchen ist im Himmel. Da gibt es noch ein bisschen die Karten hier. Da gibt es die Mux. Ja. Da gibt es noch ein Blas. Ich dachte, ich habe keine Feier, ich habe keine Kindle aus dem Haus. Da war das Pflanzlis, da schauen wir mal noch, ob das Pflanzlis geschafft hat, gell, da ist es, gell, ich merke das. Die Pflanze, das ist der Grabschmuck von der kleinen Katze. Das Pflanzlis ist der grobste Ort. Neben dem Pflanze ist es grob. Schöner Baum. Schöner Baum. Wenn der das schafft, dass er davon kommt, dann hat die Katze wieder abgesaugt. Ja. Da bringen wir mal extra Wasser für die Pflanze. Ja, da fahren wir hier rüber. Da bringen wir ja den Baum, da bringen wir den Bus da. Da fuhren wir immer viel. Also schöner Baum. Der wird noch 100 Jahre alt, wenn er blieb mir hier. Ja. Ja.